Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu SnowRunner. Übrigens den aktuellen Uploadplan findet ihr unten in der Videobeschreibung. Speichert ihn euch, favorisiert ihn euch und dann wisst ihr zumindestens immer, wie es in den Wochen so aussieht. So, wir hatten letzte Folge meines Wissens die Brücke repariert und nun können wir sie passieren. Wir hatten ja das kleine technische Problem bzw. den Bug, dass die Brücke sich nicht geöffnet hat, aber sie ist offen und somit können wir uns um das nächste Problem kümmern. Ich bin mir noch nicht sicher welches zuerst, aber ich denke mal der gefallene Stromast wäre am interessantesten, um schnell um diese ganzen Kurven rum zu kommen. So, für den gefallenen Stromast brauchen wir Betonblöcke und Stahlträger. Da wir jetzt einmal hier unten sind, an der Ecke, wir sind ja hier vorne, fahren wir jetzt einmal ganz kurz diesen Weg hier hoch. Hier lang, hier so, so, so. Fahren einmal zum Lager und besorgen uns die zwei Betonglöcke als erstes. Und danach gucken wir mal, ähm, dann denke ich, vom Weg her dürfte das Stadtlager am nächsten sein. Und dann werden wir im Stadtlager natürlich die restlichen Sachen holen, die wir noch benötigen. Es freut mich übrigens, dass du wieder eingeschaltet hast, derjenige, der gerade zuschaut. Vielen lieben Dank dafür und ich wünsche dir auf jeden Fall gute Unterhaltung. Mein Gott, das ist aber immer eine Schufterei hier hoch, ne Leute? Also, ich liebe dieses Spiel übrigens. Also, ich habe selten ein Spiel so gefeiert, wo man im Matsch rumspielen kann. Aber Matsch ist einfach genial. Es sieht genial aus, es macht genial viel Spaß. Leute, wenn ihr es noch nicht habt, und in der Videobeschreibung ist der Link, holt es euch. Ich glaube, mein Wegpunkt ist totaler Schwachsinn gewesen. Ich muss ja irgendwie hier lang und dann rechts rum. Und mein Wegpunkt zeigt an, dass ich da hinten irgendwo lang musste. Das funktioniert leider nicht. Ist aber nicht so tragisch. Weil wir jetzt gleich ja eh automatisch richtig sind. Ich habe schon länger nicht mehr Snowrunner gespielt. Einfach aus dem Zeitgrund tatsächlich. Ei, 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 komm schon. Herrlich. Durch den Dreck immer wieder hoch. Auch manchmal leicht wegdriften. Es gibt schlimmere Probleme als das. So, warum ist der Weg so komisch? Weil dieser eine Wegpunkt Pipikaka ist. Anders kann ich es nicht beschreiben. Oh. Ah, okay. Alles gut. Alles in Ordnung, Leute. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist, nachdem wir die Betonblöcke weggebracht haben, sollten wir unbedingt in Richtung Tankstelle fahren. Weil unser Spritzvolumen sagt jetzt auch nicht gerade, hey, ich kann damit eine Party feiern, sondern eher, hey, ich verdurste. Beide Situationen sind nicht schön. Aber wenn wir den Strommast entsorgt haben, haben wir nicht mehr so viele Baustellen. Nur mal so am Rande erwähnt. So, Frachtverwaltung. Ah, hier kriegt man auch die Stahlträger. Das ist das, was einer in der Community erwähnt hat, dass man überall die Sachen bekommt. Das heißt, im Stadtlager oder wo auch immer. Wir hätten gar nicht diesen Umweg fahren müssen. Gut. Auf die Frage hin, ob ich das Spiel denn vorher überhaupt mal spiele, nein. Um die erste Eindrücke von mir selbst nicht zu verfälschen. Das gibt wenige YouTuber, die das noch so machen. Das stimmt. Aber ich bin dafür der Ehrlichste. So, ähm, gehen wir mal hier runter. Hier lang. Hier an der Werkstatt vorbei. Ja, perfekt. Dann an der Farm vorbei. So, so und so. Passt. Weg ist gebaut. Und den Weg werden wir auch nehmen. Es wird kein leichter Weg. Denn dieser Weg wird steinig und schwer. Einfach mal so einen Filmtitel, äh, ne, einen Liedtitel zitieren. Kommt immer gut. Und immer wieder schön zu sehen, wie manche Stellen sich als, ähm, sehr, sehr schwer rausstellen. Obwohl sie eigentlich nicht schwer sind. So, was wir bräuchten, wäre mal ein leistungsstärkerer Motor in diesem Truck oder vielleicht einen neuen Truck. Ich bin am überlegen, vielleicht ihn hier zu verkaufen und dann mal zu schauen, welche Allradmöglichkeiten wir denn, ähm, mittlerweile einfach zur Verfügung haben. Weil er hier ist jetzt nicht schlecht. Das möchte ich auf keinen Fall sagen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir haben halt keine Möglichkeit der, ähm, der passenden Bereifung. Wir haben leider, ähm, keinen guten Motor. Also der ist nicht wirklich leistungsstark für dieses Gebiet. Und, ähm, sonst ist der eigentlich in Ordnung. Muss ich zugeben. Die größere Frage ist aber eben, haben wir die Möglichkeit auf einen anderen Motor oder haben wir diese Möglichkeit eben nicht? Ich bin mir da unsicher. Aber soviel ich weiß, haben wir aktuell nicht die Möglichkeit, auf einen anderen Motor zuzugreifen. Super. In Kombination automatische Winde, Leute. Kommen wir hier überall super raus. Und jetzt gleich haben wir wieder den Grip, den wir brauchen, wenn wir hier aus diesem Tiefmatsch raus sind. Optimal. Ja, der Gangwechsel macht manchmal einen zum Opfer. Das hört sich komisch an. Aber, äh, die Problematik halt, ne? So, ich glaube, von hier brauchen wir ja nichts. Das Gute ist, wir haben die hohen Federn mittlerweile freigeschaltet. Dadurch haben wir einfach, ähm, im Gelände ein bisschen Bodenfreiheit gewonnen und können dadurch natürlich viel sauberer und freier über das Gelände titschen, ohne direkt, ähm, enormen Schaden zu bekommen. Und ich hoffe natürlich, dass wir diese Mission auch souverän schaffen. Und dann ist, glaube ich, die nächste, die, ähm, Bergstrecke, die oben blockiert ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir durch diese Pfütze noch nie gefahren sind, sondern eher mal außenrum, weil wir gedacht haben, scheiße, da bleiben wir bestimmt hängen. Und jetzt gerade habe ich festgestellt, nö, da bleibt man überhaupt gar nicht hängen. Da ist alles in Ordnung. Was ich aber noch nicht verstehe, ist, was mir Stahlträger und Betonblöcke bei einem ungefallenen Mast helfen sollen. Sinnvoller wäre es doch, das Ding einfach auf Seite zu schieben. Aber wir werden sehen, was da Schönes gebaut wird. Ich bin offen für Neues. Boah, dieser Sumpf, ne? Ich bin froh, dass in diesem Sumpf nicht noch mehr Missionen auf uns warten. Das war die Hölle. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Was war das? Das Problem ist, mein Lenkrad wird ja nicht richtig erkannt. Leider. Das hatten wir ja mal vor etwas längerer Zeit angesprochen. Dass das G27 da leichte Konfigurationsprobleme aufweist. Und seitdem fahre ich ja mit Tastatur. Ich meine, das geht wunderbar. Ich habe da keine Probleme mit. Außer jetzt gerade. Dieses Rumschlenkern, das entsteht halt. Aber sonst definitiv ohne Befund. Aber das Lenkrad reagiert trotzdem aufs Force Feedback. Und wenn irgendein starker Schlag kommt, knallt das unterm Tisch, Leute. Das ist gruselig. Und vielleicht wird der Mast auch neu aufgerichtet. Wäre auch nur eine Möglichkeit, wo ich sagen würde, ja gut, das wäre noch möglich. So. Wir nehmen die Aufgabe natürlich an. Und geben direkt die Sachen ab. Halt, Handbremse. Und jetzt fahren wir zum, ja ich würde sagen, das Stadtlager ist das nächste. Ja. Jetzt fahren wir kurz zum Stadtlager rüber. So, dann wenden wir hier vorne. Geht das? Von der Höhe? Ja, wunderbar. Ich wollte bremsen, aber ich habe es leider nicht rechtzeitig geschafft. So, und einmal rum, ohne an die Wand zu kommen, bitte. Wunderbar, herrlich. Der Vorteil ist, Richtung Stadtlager ist auch die Tankstelle, dann können wir auch tanken gehen, optimal. Also besser kann es jetzt gerade nicht für uns laufen. Muss ich zugeben. So, jetzt müssen wir hier hoch irgendwie. So, easy going. So, ab hier Kinderspiel. Der gefallene Stromass ist gleich innerhalb von den nächsten 5-6 Minuten haben wir den behoben und können uns der nächsten Aufgabe widmen. Bin mal gespannt, was uns als nächstes erwartet. Aber es wird nicht schwieriger sein, glaube ich. Also ich denke, hier Michigan USA ist das einfachste Aufgabengebiet. Lustig wird es, wenn wir wirklich sagen, wir verlassen die USA und gehen rüber nach Alaska. Ich glaube, da wird es hart. Wir probieren mal Vollgas. Mal eine Scheißidee. Muss ich wirklich zugeben. Eine ziemliche Scheißidee hat ordentlich gerappelt und unsere Federn haben gelitten. Ich habe aber echt gedacht, dass, ähm, dass wir trotzdem keinen großen Schaden bekommen durch die hohe Federung. Ja, glaube. Hier ist ein Hotel. Wir wollen nicht ins Hotel. Wir wollen hier in die Stadt, die uns schön leuchtend willkommen sagt. Nein, Anhänger ankoppeln wollen wir nicht. Ich weiß, dass da vorne einer steht. Den haben wir ja da stehen lassen. Und einmal die Stahlträger und dann düsen wir los. Zack. Weg mit dem Schild. Überbewertet. Ich finde aber immer schön, dass die Stadt sich so viel Mühe gibt, die Sachen wieder hinzustellen. Das ist ja eine Sauarbeit, ne? Wir fahren jedes Mal jegliche Absperrung durch. Ich habe das Gefühl, dass die Katzen heute irgendwie ein Rad abhaben. Die haben gerade es geschafft, die Kugel von ihrem Spiel irgendwie rauszufummeln und damit gegen die Tür zu hauen wie so ein Bescheuerte. Also, was mit den beiden manchmal los ist, Leute, ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. Water over road. Kein Problem für uns. Egal. Und wenn man langsam drüber fährt, dann tut es auch nicht weh. Zum Glück. Wir schaukeln uns natürlich arg auf, weil die Stahlträger sauschwer sind. Und durch die hohe Geländefederung, die wir eingebaut haben, schaukeln wir einfach. Das ist einfach so, aber alles gut. Ich hätte gedacht, wir kommen nicht so gut durch, wie wir jetzt aktuell durchkommen. Sagen wir mal so. So, wo müssen wir hin? Wir müssen hier links. Hier sieht man auch schön das Profil der Reifen. Also, wir haben wirklich Straßenbereifung. Wir haben keine Offroad-Bereifung. Das macht manche Situationen etwas schwieriger. Aber dieser Weg um die Farm herum ist endlich Geschichte. Belohnung nehmen wir natürlich mit. Der Strommast ist wieder aufgerichtet. Okay. Das, was ich vermutet habe. So, somit können wir jetzt tatsächlich von der Stadt aus hier rum über diese normale Straße fahren, Richtung der Tankstelle und können an allen anderen vorbeifahren. Herrlich. Hinter den Fichten. Was ist das? Scout empfohlen. Okay, gut. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann werden wir mit diesem wunderschönen Mobil hinter den Fichten fahren. Also, die Mission hier vorne. Das heißt, wir werden hier einmal die Mission annehmen und danach werden wir hier diesen Bergpass hochfahren. Ich meine, wir waren schon hier. Also, das ist nicht gerade schwer, aber auch nicht unbedingt einfach. aber alles machbar. Von daher sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.